Die UNESCO schätzt die Anzahl der Afrikaner, die zwischen 1440 und 1870 als Sklaven auf die Karibikinseln und den amerikanischen Kontinent verschleppt wurden, auf mindestens 22 Millionen. Dazu müssen noch schätzungsweise über 150 Millionen Afrikaner hinzugerechnet werden, die im Zuge des Sklavenhandels ums Leben kamen, bevor sie Amerika überhaupt erreicht hatten. Sie starben bei den Überfällen der Sklavenhändler auf die Dörfer und bei der Gefangennahme. Sie starben während der langwierigen Fußmärsche übers Land oder bei der Selektion auf den Schiffsrampen, bei denen kranke, verletzte und schwache Menschen aussortiert wurden. Und vor allem aber starben viele Afrikaner auf der Überfahrt, wo sie menschenverachtend in engen Zwischendecks, praktisch wie leblose Gegenstände, verstaut und geschichtet wurden. Man fragt sich, wie ist dieser millionenfache Mord an unschuldigen Menschen durch gläubige Christen möglich gewesen? Sklavenhandel gab es auch schon früher in den verschiedenen Kulturen. Doch Jesus lehrte das Gegenteil, nämlich die Nächstenliebe und nicht den Sklavenhandel und das brutale Zu-Tode-Schinden unserer Nächsten. Da möchte man doch wissen, was sagte damals die selbsternannte religiöse Instanz zu diesem Thema? Ja, verbot der Papst den Handel mit seinen Mitmenschen, den Sklavenhandel? Nein, im Gegenteil. Papst Nikolaus V. sprach nicht nur kein Verbot gegen den Sklavenhandel aus, er legitimierte 1452 sogar ausdrücklich den Sklavenhandel durch seine Bulle mit dem zynischen Titel Divino Amore Communiti, was heißt aus göttlicher Liebe zur Gemeinschaft. Im selben Jahr folgte die Bulle Dum diversas und im Jahr 1455 noch die Bulle Romanus Pontifex. Diese drei Bullen erlaubten es, Heiden zu versklaven und ihren Besitz zu rauben. Deshalb war der Sklavenhandel für die Katholiken legal und verursachte bei den Beteiligten keinerlei Skrupel. Die Auswirkungen der päpstlichen Anweisungen waren erschreckend. Über 40 Festungen wurden entlang der afrikanischen Westküste errichtet, um die eingefangenen afrikanischen Menschen bis zur Ankunft eines Schiffes für die Reise über den Ozean einzusperren. Einer der wichtigsten Umschlagplätze für Sklaven, die nach Amerika, in die Karibik oder nach Europa verschifft wurden, war noch bis vor 140 Jahren die Sklaveninsel Buns Island, die zu Sierra Leone gehört. Hier stehen noch immer die Ruinen der größten Festung an der afrikanischen Westküste. Man kann heute noch die Überreste des Ofens sehen, wo die Eisen erhitzt wurden, mit denen die Sklaven auf ihrem Rücken mit dem Zeichen ihres Verkäufers oder Besitzers gebranntmarkt wurden. Mit Seilen oder Ketten wurden die Gefangenen in Zehnergruppen aneinandergefesselt. Frauen seien häufig vergewaltigt worden, und wenn sie Kinder bekamen, habe man die Neugeborenen ins Meer geworfen. Wie unbeschreiblich brutal die Sklavenhändler in Afrika Jagd auf Menschen machten, konnte David Livingstone, der bekannte schottische Missionar und Afrika-Forscher, 1871 selber auf dem Marktplatz von Nyangwe als Zeuge miterleben. Auf dem Marktplatz befanden sich ca. 1500 Menschen, als plötzlich Sklavenhändler mitten in die Menge preschten und viele Einheimische entführten, nachdem sie das Dorf vorher umstellt hatten, so Livingstone. Über 400 Menschen kamen alleine bei diesem Überfall ums Leben. 27 weitere Dörfer in der Umgebung wurden von den Sklavenhändlern niedergebrannt und die Menschen entführt. Nicht selten waren es jedoch afrikanische Kollaborateure wie Häuptlinge und andere einflussreiche Persönlichkeiten, die ihre Mitmenschen gegen Waffen, Glasperlen, Rum oder Tabak verkauften. Es war ein sehr einträgliches Business, denn ein Mensch wurde damals mit 5000 Pfund gehandelt. Häuptlinge führten meistens nur Krieg, um Sklaven zu bekommen. Welche sie dann an die Europäer verkaufen konnten. Zu den Sklaven gehörten jedoch nicht nur Männer, nein, auch Frauen und sogar Kinder wurden als Sklaven verkauft. Viele der eingefangenen und verschleppten Menschen starben bei den katastrophalen Verhältnissen auf der langen Schiffsfahrt. Auf verschiedenen Etagen, die je nach Schiff oft nur 90 Zentimeter hoch waren, wurden die afrikanischen Menschen genau nach einem Lageplan wie Ware eng aneinander platziert. Oft mussten sie die monatelange Fahrt auf der Seite liegend überleben, weil so geschichtet noch mehr menschliche Körper transportiert werden konnten. Löffelhaftes Stapeln wurde diese Anordnung der Menschenkörper genannt. Jeder Gefangene musste auf seiner rechten Seite liegen, weil das der Herztätigkeit besser bekomme, so die Anweisungen. Die Räder hatten zwar ein Interesse daran, einen möglichst großen Prozentsatz der Sklaven lebendig über den Ozean zu bringen. Tauchte jedoch ein schweres Unwetter auf, wurden nicht selten, um das Schiff zu erleichtern, schwache und kranke Afrikaner einfach über Bord geworfen. Ein anderes Problem für die Sklavenhändler war, dass die gefangenen Afrikaner oft Selbstmord begingen oder begehen wollten, weil sie die psychischen und physischen Qualen auf der langen Überfahrt nicht mehr ertragen konnten. Deshalb wurde apathischen Sklaven, die nicht mehr essen, sondern nur noch sterben wollten, mit einer Spezialzange, die jedes Sklavenschiff mit sich führte, der Kiefer geöffnet und die Nahrungsaufnahme erzwungen. Der Gestank der Ausscheidungen, Hunger und Durst, entzündete Gelenke durch die eisernen Ketten und nicht zuletzt Platzangst nagten an der körperlichen und psychischen Gesundheit der gefangenen Menschen. Laut dem schottischen Missionar David Livingstone soll nur jeder zehnte Sklave den Zielhafen lebend erreicht haben. Ob diese Schätzung stimmt, ist heute schwer zu prüfen. Jedenfalls schreibt das Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 16. Februar 1998 im Artikel Sklaverei – Verbrechen des Jahrtausends dass die Sterberate hoch war. Auch, dass widerspenstige Gefangene von den Schiffsbesatzungen bestialisch bestraft worden sind. In einem Fall, der überliefert ist, wurde dem Gefangenen zunächst eine Hand, tags darauf auch noch die andere abgeschlagen und allen Gefangenen gezeigt. Einen Tag später wurde er schließlich getötet, der Kopf abgetrennt und der Rumpf tagelang zur Abschreckung an einen Mast gebunden zur Schau gestellt. Olaudah Equiano aus Nigeria, der als Elfjähriger versklavt wurde, berichtet in seiner Biografie 1789 Wir wurden unter Deck eingesperrt, wo der Gestank absolut pestartig wurde und eine Krankheit hervorrief, an der viele starben. Diese elenden Zustände wurden noch verschlimmert durch den Dreck in den Tonnen zur Bedürfnisverrichtung, in die die Kinder oft hineinfielen und fast ertranken. Die Enge und die Hitze erstickten uns fast. Die Schürfwunden durch die Ketten schmerzten unerträglich. Die Schreie der Frauen und das Stöhnen der Sterbenden machten das alles zu einem fast unvorstellbar abschreckenden Schauspiel. Wie rentabel der Sklavenhandel für die Betreiber war, zeigt eine im Internet veröffentlichte Kostenrechnung aus dem Jahre 1827. Am Beispiel eines Sklaventransports von Afrika nach Kuba, der mit dem in Havanna beheimateten Segler Fortuna durchgeführt wurde, werden die ungeheuren Erlöse durch den Handel mit Menschen offenbar. Das Dokument zeigt, dass 217 Sklaven für 10.900 Dollar in Afrika eingekauft und in Kuba für 77.469 Dollar weiterverkauft wurden. Der reine Gewinn des Unternehmers für diese Fahrt betrug über 40.000 Dollar. Sehr viel Geld für die damaligen Verhältnisse. Die Afrikaner, Männer, Frauen und Kinder, die den Schiffstransport überlebt hatten, wurden dann in öffentlichen Auktionen versteigert. In Zeitungen wurde für die Auktionen geworben. Die so ersteigerten Sklaven dienten ihren Besitzern meistens als Feldarbeiter, manchmal sogar als privilegierte Kammerdiener. Die Sklaven gehörten so zur Lebensart der Herrenmenschen des Südens. Schwarze Frauen wurden von den weißen Herren nicht selten wie leibeigene Huren gehalten. Sklaven, die nicht gehorchten oder versuchten zu flüchten, wurden ausgepeitscht oder anderweitig brutal bestraft. Ein Bericht eines französischen Pfarrers aus dem Jahre 1770 gibt Einblick in das Leben der Sklaven. In kleinen, ungesunden Hütten und das Essen reicht gerade einmal knapp zum Überleben. So leben die meisten Sklaven, von allem beraubt und zum Arbeiten unter einer brennenden Sonne gezwungen. Noch dazu kommt die immer erhobene Peitsche ihrer unmenschlichen Verwalter. Und von einem geflohenen Sklaven aus Kuba ist überliefert, die Strafen in den Lagern sind hart und einfach grausam. Wegen einem nur winzigen Vergehen wurde man sogleich für zwei bis drei Monate an den Block gebunden. Ein Block war ein Stück Brett mit einem Loch für den Kopf, zwei für die Füße und zwei für die Hände. Blöcke gab es zum Stehen, aber auch zum Liegen. Eine andere, noch viel häufiger benutzte Methode, um den Sklaven Gehorsamkeit einzutrichtern, war das Auspeitschen. Die Peitschen waren aus Rindsleder und hinterließen tiefe Wunden. Danach wurden auf die offenen Wunden Kompressen aus Tabakblättern mit Salz und Urin gelegt. Die jahrhundertealte Gewaltökumene der katholischen und lutherischen Kirchen funktionierte auch bei der Sklaverei. Bischof Stephen Elliot von der protestantischen Bischofskirche in Georgia, USA, erlebte von 1806 bis 1866, betrachtete die Sklaverei als ein Werk, das von der Vorsehung so bestimmt sei. Er meinte, dass die Afrikaner durch die Versklavung den heilsbringenden Weg zur christlichen Kirche und so laut dem Bischof den Weg in den Himmel gefunden hätten. Wirklich, schreibt er, diese Überlegungen stellen mich mit dem Zustand zufrieden und versichern mir, dass es das Beste ist, was man ihnen, den Afrikanern, bieten kann. Das Beste aus kirchlicher Sicht bedeutete für die gewaltsam entführten Afrikaner Auseinanderreißen von Familien, Leibeigenschaft, absolute Entrechtung, lebenslange schwerste Zwangsarbeit unter Peitschen und Fesseln. Es bedeutete, geschlagen, verbrannt, verstümmelt, gebranntmarkt, vergewaltigt, ja nicht selten auch gehängt zu werden. Die Kirche unterstützte von Anfang an die Sklaverei und verschärfte sie in vielerlei Hinsicht. Bereits 492 war der Handel mit heidnischen und jüdischen Menschen durch einen Erlass von Papst Gelasius I. gestattet worden. Wie bereits erwähnt, legitimierte Papst Nikolaus V. im Jahr 1452 durch seine Bullen Divino Amore Community und Dum diversas ausdrücklich den Sklavenhandel und 1455 zusätzlich noch mal durch die Bulle Romanus Pontifex. Diese päpstlichen Bullen erlaubten es, Heiden zu versklaven und ihren Besitz zu rauben, was die katholischen Eroberer und Sklavenhändler dann auch taten. Schließlich hat ihnen der Stellvertreter Christi auf Erden, wie sich der Papst auch zu nennen pflegt, diese Aufgabe erteilt, indem er den portugiesischen König ermächtigte, wörtlich, die Länder der Ungläubigen zu erobern, ihre Bewohner zu vertreiben, zu unterjochen und in die ewige Knechtschaft zu zwingen. Viele der vatikanisch und lutherisch beherrschten Nationen Europas nutzten diese päpstliche Ermächtigung über Jahrhunderte mit beispielloser Grausamkeit. Aber Päpste haben den Sklavenhandel nicht nur legitimiert. Der Vatikan selbst raffte als Sklavenhalter und Sklavenhändler durch das unvorstellbare Leid der Afrikaner riesige Vermögenswerte an sich. Erst im 19. Jahrhundert, als einer der letzten Staaten, gab der Vatikan die Sklaverei aufgrund des öffentlichen Drucks notgedrungen auf. Noch im Dezember 1864 veröffentlichte Papst Pius IX eine Enzyklika mit folgendem Wortlaut. Die Sklaverei selbst, die als solche in ihrer wesentlichen Natur betrachtet wird, steht keineswegs im Widerspruch zum natürlichen und göttlichen Gesetz, dass ein Sklave verkauft, gekauft, getauscht oder gegeben werden darf. Man mag es kaum glauben, aber erst im 20. Jahrhundert, im Jahr 1965, verdammte das Zweite Vatikanische Konzil die Sklaverei endgültig. Dabei mache man sich bewusst, dass der Papst nicht nur vorgibt, die Lehre des Jesus von Nazareth zu vertreten, sondern sogar sein Stellvertreter auf Erden zu sein. Aufgrund dieser päpstlichen Legitimationen wurden zunächst Millionen von amerikanischen Ureinwohnern getötet oder in die Knechtschaft getrieben. Die Folge war, dass in den Bergwerken und auf den Feldern plötzlich zu wenig Arbeiter zur Verfügung stammten. Die meisten wurden von den katholischen Eroberern getötet oder starben unter den unmenschlichen Arbeitsbedingungen. So verbot die katholische Kirche, schlussendlich aus reinem Eigennutz, Ende des 16. Jahrhunderts weitere Versklavungen der indigenen Bevölkerung. Der Priester Bartholomé de la Casas, ein Fürsprecher der Indios, empfahl stattdessen Sklaven aus Afrika zu holen. Die Schwarzen seien robuster. Und so begann der transatlantische Sklavenhandel. Doch damit begann auch das Elend des Schwarzen Kontinents und das Verbrechen an der Schwarzen Rasse, der sogenannte Schwarze Holocaust. Dieser wird von einigen Historikern auch als das größte Verbrechen der Menschheit bezeichnet. Oft brachten die Sklavenschiffe Afrikaner nach Amerika und auf dem Rückweg wurden Indianer als Sklaven nach Spanien gebracht, wo sie weniger schwere Arbeiten verrichten mussten. So erhöhten die Räder ihren Gewinn. Zynischerweise wurde das erste englische Sklavenschiff auf den Namen Jesus getauft. Anfangs stand Bischof Rodríguez de Fosca selbst als Auftraggeber hinter dem Sklavenverkauf der Indianer in Sevilla. Kolumbus schickte Bischof Rodríguez de Fosca verschiedene Male eine größere Anzahl von Indianern für den Sklavenmarkt nach Spanien. Allein im Februar 1495 waren es vier Schiffe mit je 500 Indianern im Alter von 12 bis 35 Jahren. Der Papst hielt sich, wie bereits erwähnt, selber Sklaven. Papst Gregor I. hielt hunderte Sklaven auf seinen Gütern und stimmte Gesetzen zu, die den Sklaven verboten, freie Christen zu heiraten. Ein Sklave wurde wie ein Stück Vieh betrachtet. Die Kirche behandelte Sklaven wie Kirchengut und dieses galt als unveräußerlich. Die Kirche schätzte den Wert von Kirchengütern deshalb manchmal nicht nach Geld, sondern nach Sklaven ein. Ein Sklave wurde zum Beispiel als Gegenwert für einen Schafbock und ein Mutterschaf gehandelt. Manchmal wurde ein Sklave nach seinem Gewicht verkauft. Dafür musste er auf eine Waage steigen. Oft wurden die Kinder ihren Müttern entrissen und einzeln verkauft. So wurden auch besonders starke Sklaven richtiggehend gezüchtet, indem man starke Männer und Frauen zusammenführte, um dann deren Kinder teuer zu verkaufen. Sklaven bekamen wie die Tiere mit einem glühenden Brandeisen das Zeichen ihres Besitzers eingebrannt. Zunächst vom Sklavenhändler, der die Sklaven an der afrikanischen Küste verkaufte, und später oft auch von ihren Besitzern in Übersee. Öffentliche Auspeitschungen und andere furchtbare Bestrafungen wegen ungehorsam oder mangelndem Arbeitseinsatz waren an der Tagesordnung. Flüchtige Sklaven wurden mit Hunden gejagt. Nach ihrer Gefangennahme wurden sie unbarmherzig bestraft. Manchmal sogar vor alle Augen als Abschreckung regelrecht zu Tode geschlachtet, indem man Gliedmaß für Gliedmaß ihres Körpers bei lebendigem Leibe abhackte. Wurde einmal ein Sklave aus besonderen Gründen aus Kirchenbesitz freigelassen, musste laut der vierten Synode von Toledo die katholische Kirche entschädigt werden. So durfte laut Kirchengesetz ein Bischof einen Sklaven nur entlassen, wenn er zwei Sklaven dafür als Ersatz anbot. Die Kirche verbot Sklaven, Testamente zu machen. Beim Tode eines Sklaven fielen eventueller persönlicher Besitz oder Ersparnisse der Kirche zu. Der von der katholischen Kirche heiliggesprochene Thomas von Aquin hielt Sklaven für zweckdienlich. Auch andere bis heute hochgeschätzte Persönlichkeiten der katholischen Kirche betrachteten die Sklaverei als etwas Gottgegebenes. Für den Kirchenlehrer Augustinus zum Beispiel entspricht die Sklaverei der Gerechtigkeit. Sie sei eine Folge der Sünde, ein selbstverständlicher Bestandteil der Besitzordnung und sei aus der natürlichen Ungleichheit der Menschen begründet. Die Unterordnung des Sklaven gehörte für Augustinus ebenso zur gottgewollten Ordnung wie die Unterordnung der Frau unter dem Mann. Für den Kirchenlehrer Ambrosius war die Sklaverei gar ein Gottesgeschenk. Die Kirche tat alles, um die Sklaverei zu erhalten und nichts, um sie zu beseitigen. So wurden uneheliche Kinder von Klerikern nach den Entscheidungen der dritten Synode von Toledo zu lebenslangen Kirchensklaven gemacht. Dies galt auch für Findelkinder. Der von der katholischen Kirche heilig gesprochene Martin von Thur zum Beispiel, der in vielen Kirchen auf Bildern oder als Statue gezeigt wird, wie er auf dem Pferd sitzend seinen Mantel teilt und deshalb verehrt wird, soll auf seinen Gütern bis zu 20.000 Sklaven gehalten haben. Auch die Klöster hielten Sklaven, sowohl zum Dienst im Kloster wie zur Bedienung der Mönche. Heute treten die Menschen freiwillig in Klöster ein, aber auch heute noch bekommen die Ordensleute in Klöstern kein Gehalt, obwohl das Kloster, wenn die Ordensleute zum Beispiel als Lehrer arbeiten, vom Staat viel Geld bekommt. Doch wenn jemand später das Kloster verlassen möchte, ist er arm dran und auf eine minimale Rente und auf Sozialhilfe angewiesen, denn sein Orden hat meist jahrzehntelang kaum Beiträge für ihn abgeführt. Der Protestantismus ging von Anfang an in den gleichen Bahnen, nachdem Luther Leibeigenschaft und Sklaverei theologisch gerechtfertigt hatte. Bis weit ins 19. Jahrhundert trieben evangelische Staaten unter der theologischen Billigung der Missionare Sklavenhandel und gingen auf Sklavenjagd. Doch wie heißt es in der Johannes-Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie hielten nicht stand und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Menschen zu beherrschen, sie zu drangsalieren und ihnen Schmerz zuzufügen, das ist die Handschrift des großen Drachen mit seinen Marionetten und Helfershelfern. Er verführt die Menschen zu teuflischen Taten und wirkt durch Päpste und Priester, Könige und Generäle. Und er tut dies mit Vorliebe unter dem Deckmantel einer äußeren Religion, wie sehr oft in den letzten fast 2000 Jahren unter dem Etikett christlich. Denn auf diesen Trick fielen und fallen die obrigkeitshörigen Menschen seit Generationen immer wieder herein. Warum ist dies alles so passiert? Hätte nicht alles auch ganz anders kommen können? Haben nicht viele urchristliche Gemeinschaften über Jahrhunderte versucht, die Grundsätze der Lehre des Jesus von Nazareth im täglichen Leben umzusetzen, indem sie das Leben in allem achteten? Sie lebten nach der goldenen Regel, was du nicht willst, dass man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Es waren Gemeinschaften wie die Urchristen, Markioniten, Montanisten, Manichäer, Arianer, Paulikaner, Bogumilen, Katarer, Brüder und Schwestern des freien Geistes, Valdenser, Husiten, Täufer und viele andere mehr. Die Nächstenliebe und das Gemeinwohl war das Grundprinzip dieser Gemeinschaften. Sie töteten auch keine beseelten Geschöpfe Gottes und waren meist Vegetarier. Zum Teil waren sie weit über ganz Europa verbreitet und lebten eine neue Kultur des Miteinanders, was jedoch dem großen Drachen und seinem Anhang ganz und gar nicht gefiel. So wurden alle diese Gruppen durch die katholische Kirche über all die Jahrhunderte verfolgt und schlussendlich vollständig ausgerottet oder nach katholischem Sprachgebrauch ausgemerzt, sodass heute kaum noch schriftliche Zeugnisse zu finden sind. Die einzigen schriftlichen Überlieferungen sind die Protokolle der Inquisition, wo man die Opfer detailliert nach ihrem Glauben ausgefragt hat, bevor man sie ermordete. Wie anders wäre die Geschichte verlaufen, hätte die katholische Kirche und später auch die evangelische nicht über all die Jahrhunderte diese Völkerscharen von friedliebenden Menschen verfolgen, foltern und brutal ermorden lassen. Was wäre passiert, wenn man diese wahre christliche Leitkultur nicht ausgelöscht hätte? Gäbe es heute die extreme Kluft zwischen Arm und Reich? Gäbe es die Massentierhaltungen und die riesigen Schlachthäuser? Würde es Rüstungskonzerne und Waffenexporte geben, Kriege, Vertreibungen und Flüchtlinge? Würden die Zukunftsaussichten für diesen Planeten auch so düster aussehen? Vielleicht hätte sich eine Kultur des Miteinanders und Füreinanders etabliert, statt einer Ellbogenkultur der Ausbeutung von Natur, Tier und Mensch. Wer kann das mit Gewissheit sagen? Wir sehen heute nur, dass es anders kam. Die Lehre des Jesus von Nazareth wurde von der Kirche nur im Munde geführt. Unter dem scheinkristlichen Mäntelchen floss das Blut in Strömen. Das Blut von Millionen ermordeter Menschen bei den Kreuzzügen, der Inquisition, der Hexenverfolgung, der Verfolgung Andersgläubiger und vielem mehr. Und das Blut floss nicht zuletzt auch bei dem Völkermord an den Indianern und bei dem schwarzen Holocaust, dem Sklavenhandel mit Abermillionen von Todesopfern unter der afrikanischen Bevölkerung. Jesus von Nazareth lehrte jedoch als wichtigstes Gebot die Nächstenliebe und die Achtung der Schöpfung. Er lehnte Gewalt ab und machte die Menschen auf das Gesetz von Ursache und Wirkung aufmerksam, indem er lehrte, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Was du sähst, wirst du ernten. Das bedeutet, dass alles, was wir unseren Mitmenschen oder der Natur an Ungutem zufügen, früher oder später auf uns selbst zurückfallen wird. Es sei denn, wir erkennen und bereuen rechtzeitig unser Fehlverhalten und leisten auch Wiedergutmachung, solange das noch möglich ist. Dieses geistige Gesetz gilt im Kleinen wie im Großen. Es gilt für Einzelpersonen wie für Völker und Institutionen, für Päpste und Bischöfe, für Sklavenhändler und Sklavenhalter, sowie für Räder und Schiffsmannschaften. Bis heute wirkt bei vielen Menschen in Afrika das Trauma der 400 Jahre währenden millionenfachen Deportation nach. Ebenso dürfte das Trauma der Seelen, der vielen Millionen zu Tode gekommenen Sklaven, die sich im zeitlosen Jenseits aufhalten, groß sein. Haben sie ihren Peinigern schon verziehen? Es existieren apokryphe Schriften, in denen sich Jesus für die Abschaffung der Sklaverei ausgesprochen hatte, weil sie gegen das Gesetz der Freiheit und der Nächstenliebe ist. Priscilian, einst katholischer Bischof von Avila, berief sich bei seinen Predigten auf diese apokryphen Schriften, in denen Jesus von Nazareth die Abschaffung der Sklaverei forderte, sowie die Gleichheit von Mann und Frau. Auch empfahl er, gemäß den Aussagen dieser Schriften, eine fleischlose Ernährung. Das war der Romkirche ein Ärgernis, und der große Drache sah seinen Plan, was er mit den Menschen vorhatte, in ernster Gefahr. Tatsächlich erschien den Mächten der Finsternis die Lage so ernst, dass sie es sogar für notwendig erachteten, gegen einen Mann aus den eigenen Reihen vorzugehen. So wurde der katholische Bischof Priscilian im Jahr 385 in Trier als erster sogenannter Heretiker von der Romkirche wegen Ketzerei mitsamt seinen Anhängern öffentlich hingerichtet. Nicht zuletzt deshalb, weil er aus unzensierten, apokryphen Schriften lehrte, Jesus habe die Sklaverei abgeschafft.